Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Subnautica hier auf Crimson Butterfly Gaming. Wovon habe ich hier einen neuen Plan? Da, Lichtstab, okay. So, Signal. Achso, ja genau, dort hinten. Wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt echt keine Möglichkeit mehr, mich groß davor zu drücken. Ich muss jetzt mit dem Proud nach unten. Und ich weiß jetzt schon, dass ich es hassen werde. Ich fürchte mich jetzt schon davon, darunter zu gehen. Aber es wird kein Weg daran vorbei. Oh shit, ist das hier dunkel. Okay, als nächstes zu Signalboy hier drei. Dann zu Signalboy hier vier. Und dann durch den Lost River. 1300 Meter schaffen wir. Als allererstes müssen wir halt Kyanid bekommen. Will ich mir das ein oder geht die Energie? Unangenehm schnell leer. Oh nein. Oh nein. Da geht's runter. Shit, ey. Und da sind wir. Jetzt mal die Energie aufladen. Umsehen. Alles cool. Wir müssen... Ja, wir müssen hier weiter. Ich hab noch gar nicht getestet, ob wir... Okay, gut. Wir können hier unten rumlaufen, ohne Schaden zu bekommen. Das ist schon mal ein bisschen was wert. Oh Gott. Titan, nein. Oh shit, da ist er ja schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht schnell genug bin. Ich glaube, er hat es noch nicht auf mich abgesehen, oder? Kann das sein? Das wäre gut. Ich meine ja nur. Warum müssen diese Leviathan auch so groß sein? Ja gut, bis hierhin folgt er uns anscheinend eh nicht mehr. Okay. Shit, und den ganzen Weg müssen wir auch wieder nach oben. Und es ist so unangenehm still. Also läuft auch keine Musik oder sonst irgendwas. Und das... Das ist halt, was mir nicht gefällt. Okay, jetzt sind wir hier. Da hinten hin müssen wir. Das ist unser Prawn unbeschadet. Aber wir haben schon sieben von hundert Prozent verloren. Das kommt wohl hauptsächlich durch... Durch das Schweben. Aber ansonsten können wir uns ja nicht ordentlich hier fortbewegen. Shit, was mich am meisten ärgert ist, dass man echt so oft hier runter muss. Sekunde, mal kurz nachschauen. Gut, die beiden Tafeln habe ich schon mit. Für den Fall, dass ich jetzt schon mal die... Festung da ansehen will, dieses Energieding. Was ist das? Das war's für heute. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass mir das hier überhaupt nicht gefällt? Habe ich mit Sicherheit schon erwähnt. Oh nein. Warum ist der hier? Der Scheiß-Swapper. Wann fände ich denn hier verdammtes Kyanid? Boah, Moment. Ich seh hier unten sonst echt gar nichts. Tut mir leid, aber das ging ja gar nicht klar gerade. Shit. Duh. Shit. Shit. Nein. Das war ja so klar. So wie ich das gesehen habe, habe ich gerade nur ein Kyanid daraus bekommen, was mich ziemlich abfuckt. Okay, jetzt habe ich direkt zwei bekommen, das ist gut so. Okay, hier bekomme ich tatsächlich mehr raus. Das gefällt mir. Dann geht's. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt muss der Reise. Und bitte schifft uns alles auf. Jetzt geht's. Hey. Das habe ich genau gehört. Noch einer? Nein. Nicht gerade fehl, aber okay. Dauert aber nicht mehr lange, bis das nächste Problem in Kraft tritt. Da hat man es schon gehört. Fuck, Wopper. Oh scheiße, da hinten ist er schon. So lange er nicht auf mich zukommt, ist alles in Ordnung. Alter, ist das laut. Kurz nachgucken, dass nichts an mir dran klebt. Schön, Quarz zu sein. Ja. Oh, ein Wäckchen hat dich. Glockenzeichen Oh. 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 Na komm schon, gib mir noch was. Jetzt. Kianid. Scheiße. Der Sea Dragon umkreist doch, äh, das Lava Castle, oder? Mein Puls geht, steigt gerade so extrem in die Höhe. Shit, ist es das? Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist das. Was ist das denn für ein Ei? Ich weiß es nicht, ich nehme es einfach mal mit. Ich hoffe, ich finde den Ausweg noch. Bin ich hier richtig? Ist es richtig, dass ich da lang muss? Ähm, essen, trinken. Trinken, okay. Kristalliner Schwefel. Okay, also tatsächlich einfach nur diesem Pfad hier folgen. Okay. 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 Ich muss diesen verkackten Eingang finden. Kann ich hier unbestraft mal kurz ausschwimmen? Shit, 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 shit. Da ist die Öffnung, oder? Fuck, 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 fuck. Das ist die Öffnung. Okay. 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 Komm mit, Baby. Huh. Wir sind drinnen. Moment. Ist hier drinnen fresh air? Hier drinnen ist fresh air. Willkommen, old captain. Exakt das hier können wir gebrauchen. Viele Ionenwürfel. So, was dagegen, wenn ich dich mal kurz hier abstelle? Dankeschön. Stimmt, das wäre mein Weg hier raus. Das wäre einfach der Weg nach draußen. Dafür haben wir die erste Tafel. Blaue Tafel erhalten. Komm hier, zu mir. Oh, je. Das gefällt mir alles gar nicht so sehr. Ach, hier wäre noch ein zweiter Eingang gewesen. Okay, aber wir haben hier noch was zu holen. Wir müssen noch tiefer. Ach komm, ich will den auch mal scannen. Tut mir nicht weh, tut mir nicht weh. Gut so. Mit dem Brown gehe ich dann durch das Portal wieder zurück. Moment. Das darf ich nicht vergessen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020